Es ist mal wieder Zeit für... Da-da-da-da-da-da... Smash Bros. Online. Ich weiss nicht mehr genau, wer letztes Mal richtig getippt hat, aber ich nehme jetzt mal den einzigen Wunsch, den ich gelesen habe, nämlich... Ich soll mit Luchina ran. Und ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden. Ich habe übrigens eine ganz kleine Bitte, nur eine ganz kleine Bitte. Wenn ihr zukünftig einen Tipp abgeht, gebt doch bitte gleich an, damit du nicht jumpen kannst. Nein, bitte gebt doch gleich noch an, was ihr euch wünscht, wenn ich wenn ihr richtig lebt. Also wenn das irgendwie möglich wäre, wäre ich euch dankbar, denn ich bin einfach zu faul, um hier vor jedem Smash Online die Kommentare vor zwei Wochen durchzugehen und zu schauen. Oh, das sind ja nicht so viele Kommentare, ich weiß nicht deswegen, aber ja, ich vergiss es oft und dann denke ich irgendwie wie, äh, hat nicht jemand irgendwie was richtig getippt. Also du bist ja genau so schlecht wie ich mich gerade. Aber das macht nichts! No! No! Ich mache jetzt nur noch das. Uhu! Ja! Ja! Shit! Ja, Lucina! Da habe ich also gerade den die Friesis äh, 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 angeboten soll. Lucina nehmen! Lucina! Ich konnte jetzt nur noch, was soll's? Sag mal, machst du auch mal was? Okay, nö! Uhu! Ja! Ja, ich merke mich, Lucina bin ich GANZ gut! Niemand kann mich aus Wasser reichen! Hehehehe! Ah! Alter! Pass auf, wo du hindehörnest! Ja. Zu bisschen irgendwie nix wert, oder? Also ich meine jetzt Bowser... Bowser Furzino! Alter! Hast es bald! Ja gut, ich... Mit Lucina kann ich ja weniger als nix. Ich mache jetzt einen auf Om-Mmm... NAAA! Du bist so eine Speckschmarte! Mach doch was Sinnvolles! Ich hasse solche Gegner, echt jetzt! Ich bin ja vielleicht auch ein Noob mit Lucina, aber der... der schiesst den Vogel... der schiesst den Vogel ab, hier. Ja, genau. Du kannst doch scheinbar nichts anderes. Hallo, ich hab mich gerettet. Ich hab den Obersprung gemacht. Aber natürlich hat Nintendo es nicht nötig, mir den Sieg zu gönnen. Also gut, nicht, dass ich gesiegt hätte, aber ist doch wahr. Also, 0 zu 1 für mich. Haha. So, neuer Gegend. Ich wechsle ja immer, ich wechsle ja immer. Mit Lugina bleibt mir auch nichts anderes übrig. Haha. Übrigens, noch ein kurzes, noch ganz, ganz kurz von mir. Vielen herzlichen Dank, dass ihr Smash Bros. so intensiv verfolgt. Also, wenn ich hier mal, ja, was? Wenn ich da mal einen Part aufgenommen habe und den veröffentliche, ja, innerhalb zwei Tage, 10, 20 kriegst, das sind ja viel für mich im Moment. Und viele Daumen hoch, also wirklich vielen herzlichen Dank an euch alle, die hier so intensiv zusehen, wie ich verliere. Meistens. Ja, ja. So, ich bin bereit. Du auch. Na? Miku! Miku! Ja, warte denn jetzt. Ist egal. Ist nicht deral, aber du weisst, dass ich meine, meine Schätzelein. Luigi! Luigi! Äh... Alter! Luchina, was bist du denn für eine Trantüte? Alter, wüsstest du dich bitte mal retten? So. Was sucht... Was soll denn der Scheiss? Wieso rettest du dich nicht, du dumme Kuh? Ja, wirklich. Ich drücke hier ganze Zeit. Ach, verdammte Knacknolle, Mann. Ich hasse so einen Scheiss. Das liegt an Luchina. Ich drücke, was ich kann. Ja, komm. Ja! Timing! Du hast einen Stopp-Buffer-Schluck, du blöde Kuh! Ja, leck mich am Arsch! Das glaube ich ja nicht. Also, ich muss jetzt echt mal... Nächsten Kampf mache ich irgendwie bitte. Geht mir den richtigen Kämpfer. Also gut, Luchina und... Und Marvel sind die zwei Trantüten. Also mit denen kann ich überhaupt nichts. Das ist ja kein Geheimnis. Ach, er kann noch werfen. Konnte ja noch keiner. Konnte ja noch keiner. Nein. Ich drücke doch nach oben! Verdammte Scheisse noch mal! Was ist denn das für eine Scheisse hier? Ich spiele ja normalerweise mit Gämmendorf oder mit Mario und so. Oder mit Ike. Mit Bewohner. Und alle kennen es. Aber nur dieses scheissblöde Trula kann es nicht! Jetzt einmal flippe ich auch mal aus meine Fresse, ey. Ich wollte mich diesem Partner noch zurückhalten mit Emotion. Aber leck mich doch mal, ey! So eine Scheisse erlebe ich an den selten. Der Björn, der Björn, der kann es gut mit. Der manchmal kämpft mit der... Der kann es gut. Ich drücke... Ja, wollte ich das! Wollte ich das! Scheiss, die Wand an, ey! Ich rass die aus. Ich drücke oben B, oben B, oben B, oben B, oben B, oben B, OBE B! Scheisse, nochmal! Einmal flippe ich auch mal aus. Ist doch wahr. Ja, ähm... Lucina, genau. Manchmal bricht einfach der Mr. Hyde aus mir raus. Fühl mich schon wie PewDiePie. Fuck, 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 fuck! Nein, war nur Spaß. So, vielleicht furcht nicht zu dieses Mal, ne? Und ich kann... Und es... Es leckt ja nicht. Es sollte ja wirklich furcht. So, ein, komm! Aber mit Lucina... Kann ich nichts! Nee! Bitte kann ich so nichts! Ich weiss nicht, wie sie funktioniert. Ich weiss nicht, wie man siegt. Ach, Leute! Hab ich nicht gekonntet. Wie viel steht jetzt? 0 zu 2, oder? Ah, es wird nicht Zangen gebucht hier. Ja, okay. Nein! Nein, 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 nein! Blöde Sau, ey! Du bist so eine blöde Kacksau. Tschüss! Tschüss! Den halte ich noch gut. Das ist wirklich... Ja! Leck mich doch, Fett! Weisst du, was ich... Wenn ich sie nicht aufnehmen würde. Ich würde hier sowas von runterjumpen. Das wäre mir scheiss egal. Ich würde hier sowas von runter springen. Mit der blöden Lucina kann man ja kein Schwein pfeifen. Verdammt nochmal, ey. Ja, ich mache alles, ich mache alles, ich mache alles. Ich kann auch jumpen. Oh, ich bin auch. Ja, genau. Oh, ich kann auch jumpen. Oh, ja, ja, ja. Und ich auch. Juhu. Juhu. Ich kann auch jumpen. Ja, ja. Juhu. 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 Schau mal, wer ich bin. Ich bin drei. Juhu. Juhu. Ich kann auch jumpen. Ja, ja. Ja, aber das hat doch mal irgendwas. Muss ich noch tun, ne? Ich gebe ja zu, dass ich nicht pfeife bin mit Lucina. Klar nicht. Nein, ich bin nicht pfeife. Ich bin nicht pfeife mit Lucina. Aber der regt mich auch mit seinem Blöden herum. Hopse, hier. Lass dir mal einen Bart wachsen oder mach was Sinnvolles. Tschüss. Nein. Nicht greifen. Du bist so eine verdammte Kacksaue. Arschloch. Blöde Schlammsau. Ich pfeife auf dein Gesicht. Ist doch wahr. Leck mich ab Arsch. Ich mach wirklich. 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 Ach, also nein. Ike. Ich finde normalerweise Ike gut. Also. Als ich, äh. Genendorf trainiert habe. Hat ja Björn Ike. Und Ike. Ich bin eigentlich Fan von Ike. Seitdem. Ich finde Ike gut. Aber. Dieser Hurschlammsau hier. Jumpen. 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 Hüllen können jumpen. Ich jump auch gerade im Sessel. Leck mich doch. Ich bin. Ich mache mir in diesem Part überhaupt keine Freunde. Sicher 20 Dislikes und 20 50 D-Abos. Ich seh schon kommen. In einem Monat bin ich ruiniert. Kanal von neuem Anfangen. Oh shit. Ich seh es vor mir. Ich seh es vor mir. Die Schande der Nation. Das brade Beispiel eines unfassbar schlechten Let's Players. Ich bin noch der Jugendschutz eingeschaltet und ich komme noch hinter Githam und ich bin virtuell tot. Ich schaue für mich mein eigenes Grab mit diesem Part. Und dann noch mehr in dieser Scheiß Lugina. Nein. Nein. Nein nein nein. Nicht gegen Lugina. Sondern ich weiss nicht warum. Hallo. 00 Blödi. Mach was du Justin do. Leck mich doch. Der nervt mich ja jetzt schon. Ja nee. 007 Justin. Bing 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 bing. Was mit Zelda? Kannst du was mit Zelda? Das kann ich auch. Nein! 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 Uhu! Das war so ein bisschen Noobs. Noobs gehören bestraft. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kennt ihr das? Ja, ja. Ja, ja. Ah! Was willst du denn? Dein... Dein... Bodyguard... Dein Zucker-Daddy... Alter, lass mal dein Schweiss hier! Lass mal dein Schweiss hier! Ja! Genau, du machst genau meine Attacken, die ich auch immer mache. Äh... Ja? 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 Ich krieg Angst. 0-0 blöde, halt die Fresse. Ja, das war auch mein Trick. Das war mein Trick! Das ist mein Signatur-Move mit der... Du bist so eine blöde Kack-Sau verschwinde doch von diesem Planeten! Ah, das nervt mich nicht! Ja, toll, es legt. Jetzt, genau jetzt kann ich das Legen vertragen! Genau jetzt! Scheiss, die Wand an, ey! Zum Glück, glaube ich, bei Smash Bros. alles erlaubt haben, aber... sonst würde ich hier in's... ...kanonfass schauen! Ey! Was machst du mit deinen Stöckenschuonen? Ja, genau! Okay! Klar... HaahAA! Hehehehe! Das hat gesessen! Das hat gesessen! Nöö, Inimimimimimimimimimimimimimim- Nööööööööööööööööööööööai! x 8 Was versarbst du eigentlich?! Du weißt schon, dass die Zeit abläuft, oder? Juhu! Du nervst gerade wie Sau, weißt du das? Ich bin so ein totaler Nub! Wirklich! Ich kämpfe das! Das ist vielleicht in die Hose scheissen, aber kämpfen ist das nicht! Siehst du, was passiert? Dummen Tollen! Okay, ich flieg mal wieder! Du weißt schon, dass man nur einen Signature Move machen muss, wenn man... Naja... Ich wollte das ja auch gerade machen, du dumme Schlammsal! Äh... Ich wollte doch... Naja... 0 zu 4, oder? Die Fire Emblem-Charakter gibt mir so was vom Arsch vorbei! Hier! Ich bin normalerweise ein guter Verlierer! Eher so! Das muss man ja sein, dass es jetzt wäre! Wenn man solche Kack-Gegner hat! Solchen Kack-Charakter! Ja, ich weiss jetzt alle, die Lucina mögen, die es liken! Jetzt leckt mich doch am Arsch! Ist doch wahr! Nein, nicht alle, die es liken, müssen mich am Arsch lecken! Aber ich meine... Die, die so... 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 Arrogan sind und nicht mal... Vertragen, wenn man vielleicht an ihrer Lieblings-Charaktere... Äh... Beschimpft! Also... Von mir aus könnt ihr Dragon Ball... So ein Guck und so... In Dreck ziehen wir! Weil ich stehe da drüber! Aber die, die nicht über so ein bisschen Kritik stehen... Die sind in meinen Augen... Ich habe ja mein Hater-Video gemacht! Ich... Ihr... Ihr wisst ja, was ich von denen halte! Aber nur die, die haten! Wenn jemand sagt, Nein, das gefällt mir nicht so! Und sagen wir das! Oder geben vielleicht ein Is-Like! Deswegen... Das ist mir wurscht! Aber die, die einfach halt... Haten wegen einem Scheiss! Hallo! Juhu! Ach! Leck mich doch! Hallo! Dürf ich auch mal! Du... Nergst mich echt aus! Nerv mehr nicht! Du wirst es bereuen! Du wirst es bereuen! Siehst du? Ja! Heute sind nur Noobs unterwegs, oder? Seit wann ist das Kontern greifbar? Seit wann? Sag mal! Kannst du auch was anderes machen, du dumme Schlammsau? ... 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